hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem haushalt zoom und ja queachy und queachy versucht die gerade ein paar kontakte zu knüpfen weil queachy ja ist nicht mehr die jüngste und versucht hier gerade noch irgendwie ihre sozialen bedürfnisse in den griff zu bekommen und diese streuende katze ist wirklich wirklich süß gewesen nur leider ist sie gerade verschwunden das ist irgendwie gruselig wir haben noch einen weiteren garten zwerg der wird uns denke ich mal auf jeden fall bei unserer rechnung helfen sehr sehr gut ja diese garten zwerge ich werde sie nie wirklich verstehen aber sie sind auf jeden fall sehr sehr hilfreich so ich habe mich um unser fohenproblem gekümmert das hat gerade glaube ich 20 minuten oder so gedauert ich habe den master controller mod ins spiel geholt also nicht nur den master controller ich habe auch wieder overwatch und so mit reingepackt und den wua und der ermöglicht uns das jetzt uns hier romantisch etwas zu betätigen ja weil mit den master controller bekommt man es hin dass man über acht sims im haushalt haben kann also an sims sims und es sind immer nur höchstens sechs tiere erlaubt und man kann auch so jetzt wieder tiere adoptieren aber nur durch den wua kann man auch nachkommen so erzeugen ohne dass man einfach welche in den haushalt integriert ja so viel dazu also können wir uns gleich mal an einem fohlen versuchen meine lieben ich hoffe dass das spiel das alles so mitmacht und das ist nicht zu abstürzen oder irgendwas führt aber das werden wir denke ich gleich herausfinden so michelle ist immer noch fleißig am lernen michelle sollte aber auf jeden fall dann auch mal ins bett verschwinden weil sie sieht ein bisschen müde aus so für casey kommt gleich der schulbus ja okay sie sollte das aber alles noch durchaus hinkriegen prudence hat ja in der letzten folge hier ihre fähigkeiten mehr als unter beweis gestellt und sollte sich jetzt hier mal ein bisschen was gönnen und dann eventuell auch im bett verschwinden rechnungsmäßig sind wir jetzt hier ganz gut dabei wir brauchen auch nur 968 deswegen sollten wir das ja alles ganz gut hinkriegen so lassen wir auch mal von lara den bezahlen das sollte so weit funktionieren so jetzt haben wir jetzt da und barbie so barbie das manchmal damit pause was immer du gerade tust wir wollen jetzt hier mal noch mal dass ihr euch ein bisschen beschnüffelt ne das ist muss so lesen hallo sagen hier und dann war das bob ob ob es zu besuch pünktchen schau mal da ist bob bob ist in so haus pünktchen gehen mit bob kontakte knüpfen voll toll dass bob da ist bob ist übrigens aus dem rivers haushalt wer das an der stelle nicht mehr weiß so schaffen wir es jetzt hier ein paar kontakte zu knüpfen wir schaffen es tatsächlich ein paar kontakte zu knüpfen ich bin mega stolz auf uns so ja hier geht auf jeden fall was ab bei den beiden aber wir schauen mal wie das ganze hier von statten geht so okay wir haben uns erstmal irgendwie gern aber das hatten wir davor gerade ausschoten da haben wir uns ja schon mal ein bisschen angeschmied gehabt so jetzt sind wir uns einig wir passen nur nicht beide durchs tor das ist ungünstig aber doch das sollten wir gleich geregelt bekommen okay wir haben uns jetzt spontan für eine neue behausung entschieden das ist natürlich völlig in ordnung ja wir bekommen ja auch noch völlig tiefen entspannte musik dazu während bob und pünktchen sich auch ein bisschen näher kommen so wer von euch beiden geht jetzt zuerst da sind sie sich anscheinend auch nicht so ganz einig gut aber anscheinend ladies first wenn ich das jetzt richtig sehe nein nein es übernimmt doch star wie es aussieht das ist ein kopf an kopf rennen okay das scheint gerade hier ein bisschen problematisch zu sein mit den beiden ach ja ohja die rechnung muss bezahlt werden aber lara ist ja schon unterwegs ne lara du du machst das hat lara das jetzt doch nicht gemacht ne lara steht da gerade einfach nur rum lara geht auch bei der gelegenheit kurz duschen entspann dich mal kurz ja dann dann gehst du die rechnung bezahlen und dann machst du wie versprochen ein paar hübsche waffeln was hältst du denn davon so zum fest können natürlich auch gehen bevor wir hier wieder uns tagelang einsperren so läuft hier soweit hatten wir die hausaufgaben gemacht ich weiß es gerade gar nicht so genau nein in dem moment noch nicht das ist äußerst ungünstig dann sitzen wir mal spät an den hausaufgaben und widmen uns jetzt hier wieder star und barbie die ihr problem hoffentlich noch gelöst bekommen sieht momentan nämlich etwas schwierig aus gerade hier die stelle die sie sich ausgesucht haben so wir überdenken das ganze nochmals da dreht sich und star star macht ihn rein das freut mich gerade sehr barbie bist du noch am start barbie will auch noch wie es aussieht barbie bringt sich in position und barbie folgt na mensch da kriegen wir es ja doch noch gewuppt ja da fliegt das heu durch die gegend sage ich euch und auf der anderen seite bob alter wäre so geil wenn er jetzt am dingens stehen würde wir haben es gewuppt meine lieben wir haben es gewuppt da 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 voll gut mensch barbie da 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 läuft es bei dir seid ihr so wir wollen es da ein bisschen putzen das können wir bei der gelegenheit natürlich tun und wir wollen einem rennturnier teilnehmen unserem zustand jetzt vielleicht aber nicht unbedingt so ist da es gerade raus gekommen dann können wir jetzt auch gerne noch mal versuchen wir ihn ein bisschen zu putzen ich hoffe das klappt im heurigen gerollt auf dem lande sollte man es der landbevölkerung gleichtun vom techtel möchteln ja hier ist was los so was machen wir jetzt gerade was trinken eigentlich wollten wir jetzt da ein bisschen pflegen star hängst du da fest was ist dein problem läuft gerade nicht so bei euch so lara versucht ihr bestes hier mit dem kochen wo lautstärke übertreibt sich hier auch mal wieder gar nicht so jetzt hören wir wieder gar nichts aber die rechnung ist bezahlt sehr gut machen wir das ganze auf mittel und hoffen dass es nicht zu laut wird hier auf mittel finde ich es irgendwie schon wieder zu laut ich weiß auch nicht so das war ich auf jeden fall noch den siegfried hat das weite gesucht up siegfried ist weg naja aber hier die lungensarge und so ruck zuck ist das tierchen weg allein wir haben mit siegfried gespielt und jetzt ist aus unserem tal weg blöd so michael muss dringend schlafen aber das weißt du bestimmt so prudence schläft ja schon fleißig und casey hat ihre hausaufgaben nachgeholt wie es aussieht sehr sehr gut dann kann sie ja auch mal ein paar neue freunde finden kann an der stelle auch nicht schaden so lara hat das essen fertig das ist auch total toll und wenn prudence wach wird kann sie das im prinzip auch mal futtern so habt ihr euch jetzt hier mal gegenseitig gepflegt hat hat das funktioniert ach so ihr seid noch voll dabei alles klar so dann mache ich das hier mal an der stelle weg sodale und star was hast du da eigentlich noch für wünsche ist da wir unbedingt mit prudence und lara was machen und quietschi beschnüffeln ist auch hoch im kurs aber star muss jetzt auf jeden fall erst mal ein herr können wir jetzt selbst mit uns romantisch werden das hat mich gerade ein bisschen irritiert so moment hier herum galompieren das sollte ganz gut funktionieren sowie geht das flöckchen flöckchen möchte sich auch mal an star schmiegen alles klar und wir wollen ein nickerchen machen alles gar kein problem jetzt wollen wir bob auch noch beschnüffeln ist bob eigentlich noch da ja bob ist hier mit uns voll am start voll toll hihi bob ich mag bob bob ist voll das süße hündchen so beschnüffeln wir uns hier noch mal an der stelle sehr schön wunsch erfüllt so star rent los und barbie hinterher alles klar barbie möchte aber auch mal heu fressen barbie dann gönn dir doch hier mal ein bisschen heu was hältst du davon so quietschi hat immer noch probleme mit sozialen verhalten sage ich schon sozialen kontakten aber sie scheint sich da jetzt auf lara zu stürzen wenn pummelow da nicht jetzt mitten im weg stehen würde pummelow geht auch einfach mal hier ein bisschen kauen ein bisschen platz machen und dann kann quietschi sich ja auch mit lara beschäftigen wenn es funktioniert heißt es so aber sieht soweit so gut ganz ganz in ordnung aus so können wir hier auch noch mal bürsten an der stelle und dann kann ich mal hand beschnüffeln und leckerchen geben drehen so jetzt höre ich hier vom radio wieder gar nichts muss an einem komischen sender legen wir machen mal hier wieder songwriter gucken ob da was besseres bei rumkommt so ließ brillanz ja das machen wir und prudence lassen wir jetzt hier mal aufstehen so lelle casey kommt bald nach hause casey kann hier rein theoretisch obwohl casey kann mal ihr bildseite malen so da findet bald auch irgendwas statt so wir wollen mit quietschi sprechen hier reden mit das wird schon so wir haben uns jetzt hier auch gut beschäftigt und wir haben alison terrell kennengelernt das ist sehr schön so es da haben wir stehen wir wollen uns hier mal ein bisschen mit pummel luft beschäftigen so hoffentlich kann man noch vorher pieseln ja sehr gut das ist gut fürs gemüt so in ola wollten wir da an der stelle noch beschnüffeln aber wir packen jetzt mal quietschi rein wir wollen doch quietschi kommt nein quietschi aufs katzenklo pummel luft heute hier gerade eine runde beschnüffeln weißt du was pummel luft und geh doch mal zu lara und beschnüffel lara ich glaube das passt an der stelle einfach besser so und wir haben durst wir gehen auch automatisch was trinken sehr sehr gut lara wartet auf pummel luft pünktchen was geht bei dir pünktchen du kannst hier draußen einmal zerstören gehen so da müssen wir auch mal unsere zeitungen loswerden die stapeln sich hier auch schon ein bisschen so sieht schon besser aus ein bisschen aufgeräumter ist ja einfach zu eng im wohnzimmer ich weiß auch nicht warum ist es hier so eng muss an den komischen nischen liegen oh da ist unsere schildkröte unsere schildkröte krabbelt hier rum prudence haben wir auf jetzt hier schnapp dir die schildkröte fang siegfried ein siegfried krabbelt hier rum so lara hat schon wieder aufgegeben hier da haben wir nicht mehr viel zu tun wir gehen mal schnell auf klo so und wir fangen da siegfried wieder ein wir haben siegfried wieder geil so weglegen siegfried komm casey schlägt sich sehr gut in der schule sie hat sogar auf die liste der besten studenten geschafft sehr sehr schön so essen ist hier auch fertig dann können wir das mal wegräumen und die reste selber wegstellen so liebe prudence du möchtest unbedingt reiten lernen das ort sieht voll schön aus mit dem schmetterling das ist gar kein problem aber wir müssen hier noch mal ein bisschen laub wegwerfen gehen das liegt da immer noch rum so casey ist wieder da und fängt mal an zu malen sehr schön so michel lassen wir mal aufstehen an der stelle und sich was zu essen nehmen ja ich meine sandwich so und lara kann man nach oben gehen und die ganzen betten machen die sehen nämlich nicht mehr so geil aus so und sind die lauter pfützen die können wir auch mal auf jeden fall an der stelle weg wischen so dalle michelle weiß bescheid prudence geht laub wegwerfen casey malt quietschi möchte gerne irgendwo dran kratzen möchte aber auch gerne mit barbie kontakt knüpfen das machen wir an der stelle gleich mal barbie bleibt mal stehen sehr gut so flöckchen was möchte flöckchen flöckchen möchte sich auf jeden fall bewegen und flöckchen möchte auch spring trainieren weißt du was flöckchen dann spring einfach mal ein bisschen kann auf jeden fall nicht schaden hoffe ich so puppeluf möchte sich auch mal mit bob unterhalten pünktchen bewachter fleißig vor sich hin und star tut was ein star so tut das ist natürlich auch nicht verkehrt so wir wollen aber auch noch was mit quietschi machen quietschi ist ja aber gerade noch mit barbie beschäftigt indem wir hier fett kontakte knüpfen so wir können aber auch mal beschnüffeln das sollte auch auf jeden fall drin sein so michelle räum das mal an der stelle gleich weg und dann kannst du dich hier mal frisch machen so wie sollten okay wir müssen noch gar nichts füttern weil siegfried gerade die ganze zeit unterwegs war oder toll so prudence möchte wieder mit der schildkröte spielen und flöckchen am hals grauen wo ist flöckchen eigentlich gerade trainiert flöckchen nein flöckchen trainiert irgendwie nicht warum trainiert flöckchen gerade nicht das war jetzt irgendwie nicht der plan prudence wir grauen flöckchen jetzt mal eben am hals weil du flöckchen ja gerade so freundlich abgefangen hast so wir haben level 2 erreicht sehr sehr schön casey ich bin begeistert so wir wollen eine konsole kaufen okay und wir wollen drei tage auf der liste der besten studenten bleiben mensch was ist denn da mit uns los wir haben machen hier gerade voll die veränderung durch vom chaos kind zum musterschüler hat es am hals grauen gerade nichts gebracht ach nee wir haben ja verstärkte maßnahmen gemacht gehabt okay gut da ist flink sein vielleicht auch nicht verkehrt zu loben und dann können wir hier auf jeden fall hand beschnüffeln lassen und noch am hals grauen so casey das kannst du mal verkaufen dann tust du uns ja allen einen gefallen das wäre sehr schön und da kannst du mal anfangen hier gitarre zu üben und warum macht michelle heute alles kaputt michelle einmal reparieren bitte so sehr gut wir können hier auch noch für gehorsam sein loben aber ich habe das gefühl immer noch nicht am hals gekrault so holen wir jetzt an der stelle mal nach so level 3 erreicht sehr gut michelle macht sich da ganz toll so wir wollen noch mit unserer schildkröte spielen ich hoffe sie lässt jetzt nicht wieder sonst wo so einmal mit siegfried spielen flöckchen möchte sich ein bisschen bewegen flöckchen möchte immer noch springen lernen flöckchen dann spring doch hier einfach mal ein bisschen was hältst du davon so pummeluf pummeluf kann eigentlich hinten mal aus dem napf fressen gehen so dann ist er immerhin bei flöckchen star spielt mit dem ball da hinten wo wir sind dabei dahin gekullert er waren sind einmal über die ganze map hier so wir gehen mal die pfütze auffischen so michelle und ich sage dir prudence mal nicht du lässt die schildkröte da wieder ins terrarium lass sie nicht entkommen so haben wir das jetzt hier fertig gekriegt nein wir haben die immer noch nicht repariert wir geben nicht auf wir versuchen es weiter bob ist immer noch hier dann können wir rein theoretisch hier auch mal bob beschnüffeln so einmal bob beschnüffeln so prudence hast du unsere schildkröte wieder zurückgesetzt sieht auf jeden fall gut aus oder auch nicht schildkröte wieder zurück so siegfried kriegt ihr auch nie hunger weil siegfried irgendwie immer draußen ist so wir wollen unbedingt reiten lernen wer ist denn hier gerade lustig drauf so wir sollten hier auf jeden fall eine runde heu fressen und dann schlafen gehen sodale ich habe das gefühl dass flöckchen gerade möchte flöckchen kommen hier rüber und da müsste eigentlich auch noch mal ein bisschen was fressen star die hier einfach mal was futtern und dann kannst du dich auch noch mal hier ein bisschen mit dem pferdeball betätigen sodale barbie geht sehr gut und flöckchen läuft jetzt auch dahin prudence kannst du rauskommen dann starten wir jetzt so lara hat alles aufgewischt laura dann mach mal hier im badezimmer weiter die dusche ist zwar noch nicht ganz repariert aber du kannst ja schon mal anfangen so flöckchen hat auch immer noch die trem so um nicht gut loben für schnell sein ist auf jeden fall nicht verkehrt und unsere gute casey hat hier wieder was erreicht ich bin total stolz aber wir können hier auf jeden fall noch ein bisschen schach üben das kann natürlich auch nicht schaden so loben für flink sein geht natürlich auch noch so dann können wir hier auch noch eine runde umarmen war jetzt so schön ist und dann können wir hier einmal aufsitzen wir müssen nämlich reiten lernen so pummelhof was geht bei dir pummelhof geht eine runde kauen okay pünktchen pünktchen möchte einmal inola beschnüffeln inola rennt hier auch gerade durch die gegend dann versuchen wir einmal inola zu beschnüffeln inola dazu musst du stehen bleiben sehr gut und prudence gibt ihr bestes so lara hat nichts mehr zum aufwischen lara möchte aber kochen lernen und auch reiten weiter ausbauen wir wollten uns auf jeden fall auch um den garten hier kümmern aber ich glaube das machen wir dann in der nächsten folge ich habe viel spaß mit zusehen und dann hoffentlich bis zum nächsten mal tschau